Und herzlich Willkommen zurück, das Telefon klingelt. Hallo, ich sehe Sie. Ach, Sie müssen sich voll verwählt haben. Ich denke, dass ich hier ungefähr aufgehört habe. Weil letztes Mal ist ja das Spiel abgekockt. Warte. Ja, hier sind wir ungefähr. Es ist eine Note. Die Licht ist Ihr Freund. Ja, finde ich auch. So, Taschenlampe. Ich mag die Animation irgendwie total. Ich weiß auch nicht. Weil ich würde gerne etwas weiter jetzt. Nicht genug Warte. Oh nein, oder? Hier wird sie mich nicht finden. Äh, Mii. Echalon. Äh, save. Please. Game saved. Danke. Danke Spiel. So, lass uns Batterien suchen. Wo können denn hier welche sein? Da. Tatsächlich. Also, das ist jetzt, äh, ja. Da freue ich mich. Beim Windows-Set-X. Eine neue Batterie. Not enough Batteries. Not enough Batteries. Ja, ja. Hallo, alte Frau? Keiner da? Hallo? So. So, Batterie, 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 Batterie. 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 Okay, das ging schneller als gedacht. Das freut mich natürlich. Ja, guck sie nicht nur an, sondern nehmen sie auch. Batterie abtused. Dann use die Batterie. Reicht das? Ich mach mal hier wieder zu. Oh Gott, warum gehen auf einmal die Türen zu? Das machen wir gerade ein bisschen. It's a little bit scary. Ich würd gern das Passwort für Robert seinen PC wissen. Doch das werden wir nie herauskriegen. Me, echolon. So, äh, Username, me, das Wort. Echolon. Save. Am saved. Danke, game. Waaay. Bestes Spiel immer. Für immer. Ganz ehrlich. So, können wir nicht in meine... Oh nein. Ähm. Kann ich mich irgendwo verstecken? Das wäre unheimlich nett. Was? Äh. Erh. Oma? Slender? Erh. 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 Ich weiß nicht, wie das Passwort ist. Was ist hier denn? Ich will einen kommen. Hallo? Rechnen die Batterien immer noch nicht? Da ist noch einer. Reicht es jetzt an sich? Hallo? Spiel? Picked up. New battery. Füll hier raus. Ich speicher nochmal. Bin ein bisschen verrückt. Mi. Ecolon. Mi. Ecolon. Save. Game saved. Find ich gut. Robert, gib mir mal ein paar Tipps. Ich komm noch nicht weiter, wenn du mir nicht hörst. Wie viele Batterien brauche ich denn? Da liegt noch einer. Das sind ja auch nur so ne ganz kleinen Fitzel Dinge. Ist doch klar, dass ich davon 80 Stück brauche oder so. Pick up battery new. Kann ich die irgendwie kombinieren? Habe ich so ne Art Inventar? Hm. Oh mein Herzschall. Ist schon wieder da. Das ist alles ungünstig. Warte mal. Was soll ich grad so eigentlich hängen jetzt hier? Hab ich noch irgendwo Batterien? Ich mach mal hier die Tür zu. Ist das denn hier schon möglich, wenn ich hier auf der erbärmlichen Suche nach Batterien bin? Jetzt mal ernsthaft. Wie viel brauche ich denn? Oh Gott. Oh Gott. Warum sponnt ihr einfach? Genau vor mir. Hallo Pflanze. Warum hast du mir nicht geholfen? Scheiß Pflanze. Fuck you. So. So. Oh. Fick das Spiel. Es klingelt. Jetzt seid mir bitte nicht wieder eisig. Krieg Kollaps. Bleib Fan. Oh nein. Da ist sie. Hallo Oma. Hier konnte ich mich doch irgendwo verstecken. Oh. Ich krieg gerne ein Rot. Warum spiegelt ich das? Warum spiegelt ich das? Warum spiegelt ich so ne? Scheiße. Aber warum spiegelt ich auch in meinem Büro? Das ist doch. Fuck. Oh. Oh. Kann das Bild aufhören so zu krisse? Bild? Ich bewege mich hier nicht solange das Bild zu krisselt. Ja. Und was macht ihr heute noch so? Oh. Also ich hab's momentan 23.57 Uhr. Perfektes Zeitpunkt so was zu zocken. Oh. Oh. Ich kotze mich weg. Oh. Nein. Nicht anders bitte.